Ja, vielleicht wieder ein bisschen was zum Runterkommen. Viele von Ihnen oder manche von Ihnen kennen vielleicht Christy Moore. Und ein Stück gesungen, das von einem Sänger geschrieben wurde mit dem Namen Jimmy McCarthy, ein Songwriter mit dem Namen Jimmy McCarthy. Das Stück heißt Right On. Das ist eigentlich ein Abschiedsschritt. Das Stück heißt Right On. I could never go with you, no matter how I wanted to. I could never go with you, no matter how I wanted to. I could never go with you, no matter how I wanted to. I could never go with you. I could never go with you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017